Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück zu Far Cry 5 mit dem Liegen Marco und wir machen heute hier das alternative Ende von Far Cry 5. Richtig und wir machen schon zum dritten Mal dieselbe Begrüßung am selben Ort, ist das nicht schön? Ja, das lag aber auch daran, weil wir noch ein paar Missionen machen mussten und ja, ich bin gespannt. Was geht schon los? Ich bin gespannt. Okay, ich überspringe. Wie, gehoppt? Roche. Gonzales. Ich bringe euch mal gerade auf den aktuellen Stand. Gestern kam Far Cry 3 für uns am PC raus. Zeig ich übrigens auch zum dritten Mal, aber da bleibt einem nichts mehr übrig. Und es sieht auf jeden Fall hervorragend aus, obwohl es die Standardversion ist. Ja, bei PC war die Version so und ja, auf jeden Fall müssen wir hier gleich, ähm, wir müssen wegreisen. Also nicht, äh, ne, gegen ihn kämpfen, sondern wegreisen. Zurück gehen, abhauen. Ach so, kannst du dich mal kurz stumm schalten? Oh, ich weiß nicht, wie's geht. Ich weiß nicht mehr, wie's geht. Ach, scheiße. Weil man hört es bei dir immer ein bisschen rauschen gerade. Ich zieh mal mein Mikro raus. Nee, lass, 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 lass ruhig, lass. Okay. Wohin haben sie dich gefangen? Weiß ich nicht. Ja, ja, darauf standen die aber auch. Was, ich? Ne, darauf standen die doch. Gefangen werden und gefoltert werden. Die Welt steht in Flammen und du bist schuld. Was, ich? Ne, der hinter dir. Kann ich mich umdrehen? Oh, nö. Gar nicht. Alles klar. What the hell? Nein? Ja, er hat die Krippe. Du weißt, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist. Ja, gib mir mal Whisky. Nell. Alles klar. Feuer, Wasser. Gott beobachtet dich. Echt? Nö. Also, was hast du genommen? Gehen? Ja, wir gehen jetzt, okay? Ja. Er hat die Augen geöffnet auf einmal wieder. Geh mit Gott, aber geh. Okay, jetzt ganz ruhig. Was ist das für eine kacke? Ich hab FPS-Trops. Nicht gut. Ich hab' nicht vergeben werden. Die. Komm, rotz noch ein bisschen für uns. Ja, Vater. Okay, gehen wir. Ja. Ich glaub' das Ende ist noch schlimmer. Glaub ich nicht. Ich glaub' schon. Weil die sich weg... Weil die sich jetzt noch voll zerstreiten oder so. Hm. Ich glaub' der hat Rückenprobleme. Hey, was ist mit der fetten... Die bleibt da. Die gehört ja zu den... Zu dem Gebiet hier. Ach so. Nur die Kopfhauen ab. Darum sieht die so hässlich aus. Ha, ha, ha. Royals, wer raucht denn da von denen? Ja, wer wohl. Der Sheriff. Der mit der Whisky-Stimme. Meinst du wirklich? Ich nicht. Okay. Hier sind wir letztes Mal auch lang gefahren. Richtig. Du sahst da ein bisschen anders aus. Ja. 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 Das ist sau leise bei mir. Du hast ihn noch gehört. Okay. Jetzt läuft Musik. Ah, toll. Ich heiße. Oh nein. Nein. Was ist? Nein. Oh je, das sieht ja nach einer Fortsetzung aus. Scheiße. Ich glaube, ich weiß, was passiert. Was passiert? Oh nein. Wir sind bestimmt noch bei dem... Nein, wir sind bestimmt noch bei dem... Oh fuck, ey. Wir sind bestimmt noch bei dem in Gefangenschaft oder so. Mit Sicherheit. Aber wir überspringen das Ganze hier. Das war das zweite Ende. Das fand ich eigentlich genauso bescheuert wie das erste, muss ich dir sagen. Ja, das hieß es auch. Ich glaube nicht, dass die da eine Fortsetzung irgendwie machen. Wie eine Fortsetzung? Ja, äh... Um da das Ende ein bisschen... Zu verändern. Quasi. Ja, halt irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Wollen wir direkt das Sequel-Ende noch machen? Direkt in dieser Aufnahme? Oder wollen wir das beim nächsten Mal machen? Ja, komm. Ja, wobei, aber was ist, wenn ich jetzt ein neues Spiel mache? Ja. Was ist dann? Das muss ja da sein. Ja, aber dann ist der neue Spielstand weg, oder wie? Der alte ist dann weg. Der jetzige. Äh, ja, der alte. Ja. Ich will aber nicht. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Ich will das nicht. Ich, ich mach das nicht. Ich will meinen Spielstand behalten. Ich hab die Karte so schön aufgedeckt. Ich überlege. Ähm... Ja, wie sollen wir, wie sollen wir das dann machen? Wie sollen wir das machen? Wir kaufen einen dritten PC, nochmal eine Fahrqualitätsenz und dann machen wir das. Nee, ich überlege. Ich weiß nicht. Ich will, ja, dann klären wir das jetzt erstmal nach der Folge. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir da einen extra Part draus. Haben wir jetzt eine kurze alternative Ende-Folge gemacht. Und, äh, ja, wir hoffen, dass das euch gefallen hat. Und, äh, sehen wir uns dann beim Secret-Ende wieder. Genau, und uns bleibt nur noch eines zu sagen. Roche! Tschüss! Tschüss!